Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6569 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben zu viel Papierkram. Das hält uns von der Forschung ab. Wir haben zu viel Papierkram. Das hält uns von der Forschung ab. Wir haben zu viel Papierkram. Das hält uns von der Forschung ab. Dieser Ausverkauf wird dir gefallen. Alles ist im Preis reduziert. Dieser Ausverkauf wird dir gefallen. Alles ist im Preis reduziert. Dieser Ausverkauf wird dir gefallen. Alles ist im Preis reduziert. Ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Ich muss noch einen großen Stapel Papierkram erledigen. Wir sind nicht nur Kollegen im Büro, sondern seit einem Jahr auch privat ein Paar. Wir sind nicht nur Kollegen im Büro, sondern seit einem Jahr auch privat ein Paar. Wir sind nicht nur Kollegen im Büro, sondern seit einem Jahr auch privat ein Paar. Was für einen Kühlschrank hast du hier? Was für einen Kühlschrank hast du hier? Was für einen Kühlschrank hast du hier? Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Rate mal, was in der blauen Tüte ist. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Rate mal, was in der blauen Tüte ist. Vermeide nach Möglichkeit den Kontakt mit ihr. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.